Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir zu Video. Ich habe Joschka von Finanzrebellen auf der Invest persönlich kennengelernt und da wir uns gleich wirklich gut verstanden haben, haben wir gesagt, hey, komm doch mal hier gerne zu mir auf den Kanal, präsentiere mal dein Depot, sprich ein bisschen drüber, wie sich deine Aktien entwickelt haben und er hat sogar sein privates Depot mitgebracht. Er ist mittlerweile zum Aktienmillionär geworden, er ist schon sehr lange an der Börse und er wird auch heute sein privates Depot mitzeigen. Er hat noch mehrere, aber allein in seinem privaten Depot ist er schon hoch sechsstellig. Wenn man alles zusammen nimmt, wäre man dann eben schon bereits im siebenstelligen Bereich. Es ist eine wirklich wahnsinnig spannende Geschichte. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr davon haltet, denn alleine eine Position, mit der hat er mehrere hunderttausend Euro Profit gemacht. Also es wird wirklich spannend. Schaut das Interview unbedingt bis zum Ende an und nun wünsche ich euch viel Spaß dabei. Also wie bereits angesprochen, habe ich heute den Joschka von Finanzrebellen zu Gast und da ich mir sicher bin, dass einige von Ihnen, von euch, nicht von Ihnen, wahrscheinlich den Joschka noch nicht kennen und ich finde es natürlich auch immer mal wichtig, dass man mal so ein bisschen eine Einordnung bekommt, so in welche Schublade steckt man dich denn. Ich habe jetzt fünf kurze Fragen vorbereitet, wo einfach entweder oder, also es ist auch selbstsprechend, wenn du das jetzt gleich hörst und am Schluss eine Frage, wo man einfach nur mit Ja oder Nein beantwortet. Genau, da würde ich jetzt sagen, also bevor du dich losstellt, bist du bereit für die Fragen? Alles klar, tipptopp, dann legen wir mal los. Einzelaktien oder ETFs? Einzelaktien auf alle Fälle. Bist du eher Wachstumsanleger oder Dividendenanleger? Oder? Kommt drauf an, aber momentan wieder ein bisschen mehr Dividende. Okay, Gold oder Bitcoin? Dann Bitcoin, aber eigentlich gar nichts von beiden. Ja, gar nichts von beiden. Okay, interessant, ja. China, siehst du eher eine größere Chance oder eher ein größeres Risiko? Ich sehe langfristig eine Chance. Und braucht man deiner Meinung nach Emerging Markets im Depot? Ja. Okay, dann haben wir da doch schon mal einen super Start gemacht, genau. Und dann würde ich jetzt einfach mal das Wort kurz an dich geben. Sag einfach mal ganz kurz, wo ist man dir vielleicht schon mal begegnet? Woher kennt man dich? Genau, einfach mal, dass die Leute wissen, wo man dich einordnen kann. Ja, Daniel, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und an deine Zuschauer dort draußen. Mein Name ist Joschka Bückigt. Ich bin jetzt bald 32 Jahre alt und auch schon seit neun Jahren aktiv an der Börse tätig. Und seit zehn Jahren sogar aktiv im Finanzbereich selber als Finanzdienstleister beruflich. Das heißt, da habe ich sozusagen eine doppelte Praxisschnittmenge an dem Ganzen. Und man kennt mich vor allem aus Formaten wie Vertragscheck auf Instagram. Da nehmen wir schlechte Finanzprodukte unter die Lupe und vergleichen diese mit besseren Finanzprodukten, die man haben kann. Unter dem Namen Finanzrebellen, das ist sozusagen mein Pseudonym. Da folgen uns jetzt auch knapp 60.000 Leute auf Instagram. Auf YouTube haben wir auch eine kleine Community. Die haben wir aber in letzter Zeit nicht so bedient. Schande über mein Haupt. Das wird sich aber in Zukunft natürlich wieder ändern. Und wir sind dann übereinander gestolpert. Das erste Mal vor zwei, drei Wochen auf der Investmesse. Da haben wir uns persönlich kennengelernt. Dann haben wir miteinander gesprochen. Und dann kam es dazu, ach komm, lass doch mal was machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein Depot. Das findest du vielleicht ganz interessant zu sehen. Dein Depot ist definitiv interessant. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen befeuern, dass die Leute auch dabei bleiben. Also ich kann euch versprechen, wenn ihr denkt, dass ich schon hoch fokussiert bin. Da sagt der Joschka nur, hold my beer dann. Also es wird auf jeden Fall sehr interessant. Aber genau. Jetzt erzähl erst mal, wie bist du eigentlich an die Börse gekommen? Also du hast ja gesagt, du kommst aus dem Finanzdienstleistungsbereich. War dann Börse sowieso immer gleich ein Thema? Oder erzähl einfach mal ein bisschen. Genau, ich habe selber mal auch in einem etwas dunklen Teil der Finanzbranche angefangen zu lernen. Und zwar im Finanzvertrieb. Da hatte ich meine Ausbildung zum Versicherungsfinanzkaufmann begonnen im Jahr 2014. Und von daraus hatte ich dann durch Netzwerken, Umwege, dann den Cashflow-Club in Leipzig kennengelernt. Und das Cashflow-Spiel ist vielleicht den einen oder anderen bekannt durch den Namen Robert Kiyosaki, der das Buch halt Rich Dad Poor Dad veröffentlicht hat. So ein schönes Basic-Einsteigerbuch für Finanz- und Investmentthemen. Und da bei diesem Brettspiel konnte man auch in Aktien investieren. Und durch diese Aktieninvestments im Brettspiel quasi auf Papier, habe ich sozusagen meine ersten Erfahrungen vor zehn Jahren gesammelt. Dann dachte ich mir, oh, das finde ich jetzt so interessant. Jetzt will ich das mal im echten Leben wissen, wie das geht. Und dann habe ich mich über ein Jahr eingearbeitet in das Thema. Verschiedene Bücher gelesen zu dem Ganzen. Aber auch damals so Leute, die groß waren, schon in dem Bereich Aktien mit Kopf als erster YouTuber und so mitverfolgt. Und wer gerade da war, 2014, 2015, da gab es ja noch nicht so viele online zu dem Thema. Heute sieht das ja anders aus. Und dann habe ich 2015 im November dann auch meine erste Aktie gekauft, die ich sogar heute noch halte und über die wir heute im Depot, was ihr sehen werdet, auch noch sprechen. Also das war so mein Einstieg in die Börse gewesen. Ja, interessant. Damit hast du auch schon meine zweite Frage so ein bisschen vorweggenommen, also wie du dir das Wissen so angeeignet hast. Ja, also bei mir, wir sind tatsächlich fast gleich lang an der Börse. Ich habe auch so vor neun Jahren jetzt mittlerweile angefangen. Aber ich bin dann schneller tatsächlich an die Börse gegangen. Also ich habe so ein bisschen in Foren gelesen, dann auch mehrere Bücher gekauft. Also bei mir, ich habe so zwei bis drei Monate gewartet, weil eben damals war ja auch Depot-Eröffnung nicht so wie heute. Kurz einmal in die App klicken und Gesicht reinhalten und das war es dann. Ja, also früher war das ja noch alles ein bisschen, ich weiß, früher jetzt, aber manche sagen wieder, ja, das sind neun Jahre, das ist noch nichts, ja, aber sehr cool, ja. Aber jetzt mal so die erste oder eine Frage, die ich auch immer interessant finde, eben, weil es ist ja jetzt schon knapp zehn Jahre, dass du sagst, wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest, was würdest du deinem Ich von damals so sagen, was hättest du damals gerne gewusst zu der Zeit, ja, oder was war so dein wichtigstes Learning, würdest du sagen? Also eigentlich ist ja sozusagen das, was ich heute weiß, total konträr zu dem, was ich ja damals gemacht habe. Also ich habe ja wirklich mein fast ganzes Erspartes in eine Aktie hineingesetzt, was ich zu dem damaligen Zeitpunkt hatte. Und natürlich würde ich aus heutiger Sicht als Finanzberater, so wie ich es meinen Kunden auch hatte, oder halt auch auf meinen Social-Media-Kanien sagen, nee, steck dein ganzes Geld nicht in deine eine Aktie, diversifiziere ein bisschen besser, aber andersrum war eigentlich meine Naivität und meine schon fast Dummheit oder dumm, wie ich da rangegangen bin, schon wiederum, ja, der Schlüssel zu dem Erfolg dieses Depots, ja, weil ich über gewisse Dinge gar nicht nachgedacht habe oder diese Risiken gar nicht verstanden habe. Also ich hatte sehr, sehr viel Glück und deshalb würde ich sagen, vielleicht meinen Jüngeren, ich einfach mach, ach, einfach nur mach, so learning by doing, weil du wirst ja eh deine Fehler machen. Ich habe natürlich auch über die Jahre viele Aktien gekauft, die, ich habe ca. 18.000, 20.000 Euro an der Börse schon verloren, ja, über die letzten Jahre, muss man auch mal fairerweise sagen, ja, habe ich denn halt solche Schrottaktien gekauft, wie Aurora Cannabis, deshalb würde ich vielleicht noch so als zweiten Satz hinterher, ach und lass die Finger weg von Trends, ja, so und Hypes und so, das ist so vielleicht noch das Wichtigste, was ich so noch als Nachsatz mitgeben würde. Ja, ja, das ist auch tatsächlich, finde ich, super wichtig, also da sind wir sehr nah beieinander, also das habe ich tatsächlich relativ schnell geschnallt, also ich habe zwar auch am Anfang immer so den nächsten Tenbagger gesucht, aber oft gar nicht so den Trends hinterher gedingt, weil eben es gab jetzt doch schon einige in den letzten Jahren, eben dann hat es mal mit Bitcoin so angefangen, dass so alle Bitcoin-Aktien mit hoch sind und dann, und vor allem auch alles, was Fintech eigentlich im Namen hatte, war ja mal so vor sechs, sieben Jahren so das Riesenthema, eben dann kam Cannabis, dann kam Lithium und ja, also super schwieriges Thema, ja, also finde ich super spannend, ja. Jetzt mal so, wenn du dir Aktien anschaust, wie gehst du jetzt bei der Analyse vor und welche Kennzahlen sind für dich so die wichtigsten, die du anschaust? Also vor allem, was ich auch immer durch zum Beispiel solche Investmessen feststelle, ist, dass die Leute teilweise sich viel zu sehr, ich sage mal, in, ja, erweiterte Nebenkennzahlen vergraben, ja, und das Wichtigste auch selber, ich habe ja auch eine Firma mit zehn Mitarbeitern, darum habe ich jetzt auch mal mittlerweile schon einen ganz anderen Blick auf solche Kennzahlen, das eine ist der Umsatz, das ist dann sozusagen, das zweite ist der Gewinn nach Kosten und Steuern und der dritte Punkt ist bei mir immer, das, was haben sie an Cash in der Kasse, also Eigenkapital, das sind für mich erstmal die aller drei wichtigsten Kennzahlen, die für mich in irgendeiner Form stimmen müssen in Bezug auf die letzten Jahren und aus diesen drei Kennzahlen ergibt sich ja sowieso fast immer noch jede andere Kennzahl, das ist ja am Ende des Tages immer wieder eine Umrechnungsformel, aber diese Kernkennzahlen, ich sage mal, die, ich sage mal, entscheidend für die Gesamtformel, dann für andere Kennzahlen, die schaue ich mir immer besonders gerne an, weil das ist das, was dann am Ende des Tages natürlich auch wichtig ist für so eine Firma und klar gehe ich dann auch natürlich mal dann später rein in sowas wie hier die Margen dann noch vorsteuern, die Margen nachsteuern, um zu wissen, was ist vielleicht noch primär in dem Land für eine Steuerlast, ja. Der Rest geht dann aber teilweise schon wieder so ein Blick ein bisschen so auf das Management, auf die Produkte, Konkurrenzanalysen dann schon, ja, also ich vergrabe mich nicht zu sehr in Kennzahlen, weil gerade diese Kennzahlen, die können halt auch, wenn man es dann vergleicht, auch die Aktien untereinander auch wiederum zu sehr lähmen, ja, und man sollte das dann wiederum nicht davon abhängig machen, weil, was ist sehr schön, jetzt an deinem Podcast mit Michael gesagt, an der Podcast-Folge, ein bisschen Willkür ist halt auch immer dabei an der Börse, was du nun mal auch nicht bestimmen kannst durch irgendeine Zahl, ja, das musst du dann halt so als gegeben hinnehmen und deshalb dann auch nicht zu viel Fokus auf die Kennzahlen. Ja, eben, weil heutzutage halt die Zahlen sowieso alle direkt bekannt sind, also das heißt, ergo ist es eigentlich sowieso fast immer eingepreist, also die Unternehmen entwickeln sich ja in der Regel dann, wenn sie positiv überraschen halt, aber mit Sachen, die halt nicht bekannt sind, also nicht jetzt wie, weil du hast zum Beispiel auch Nintendo im Depot, das finde ich lustig, die hatte ich bis vor kurzem auch im Depot und dann hat zu mir jemand, ich habe sie letztes Jahr verkauft, dann hat sie mir gesagt, ja gut, aber bald ist Weihnachten, dann geht es wieder aufwärts, dann habe ich gesagt, okay, ja, also. Ja, würde ich so nicht sehen, ja, also da habe ich jetzt schon viele Jahre mit Nintendo erlebt, da war das eben nicht so, vor allem, wenn sie dann gerade bei ihren großen Cash-Cows wie Pokémon dann einfach sozusagen mehr oder weniger kurz vor Weihnachten ein Flop-Spiel gedroppt haben, das war ja mit den Editionen Karmesin und Pupur, die waren ja einfach total verbuggt, nicht fertig geupdatet, nicht durchgepatcht und alle, die sich das sozusagen kurz vor Weihnachten gekauft haben, saßen dann unter dem Weihnachtsbaum und haben ein total verbuggtes Spiel gespielt, ja, und dann hat das sich natürlich auch negativ auf die Aktie aufgewirkt, weil bestimmt auch ein Großaktionär mit Kindern dann gesagt hat, nee, so eine Scheiße, das kaufe ich dir nie wieder und dann hat er da tausende von Aktien verkauft. Also das würde ich so nicht sagen mit Weihnachtsgeschäft und ähnlichen, also ja, Nintendo macht unterm Strich gute Arbeit, aber sie haben auch schon viel verbockt. Ja, das stimmt, also Nintendo hat ja auch konsolentechnisch, also bei Nintendo gibt es halt nur Hop oder Top, also entweder den absoluten Verkaufsschlager oder wirklich aber so den absoluten Rohrkrepierer dann, ja, also ich bin jetzt mal gespannt, eben die Switch war ja dann so, das hat wieder so richtig Leben eingehaucht damals, also es ist ja ein wahnsinniger Erfolg gewesen, so ungefähr adäquat mit der Wii damals, aber Wii U oder so, ja, waren ja dann zum Beispiel nicht so ganz erfolgreich, ja. Ja, das ist so, eigentlich so jede zweite Konsole, kann man schon fast sagen bei Nintendo, denn es ist so wie so eine Art Zyklus wie bei Microsoft, dass jedes zweite Betriebssystem der Erfolg war, nicht die dazwischen, ja, so in der Art, deshalb, ja, nur weil ein Weihnachtsgeschäft kommt, ja, es kommt auch wieder ein Ostergeschäft, ja, also von daher. Ja, und vor allem, das ist halt Ergo auch eingepreist, weil ich habe dann auch zudem nur im Kommentar ein bisschen suffisant geschrieben, weißt nur du, dass jetzt Weihnachten kommt, also es ist immer schwierig, ja, es ist wie mit den Sportartikeln Herstellern, wenn du sagst, ja, aber jetzt ist ja wieder EM und so, das, ja, weiß aber halt irgendwie jeder, ja. Ganz ehrlich, ich trage super gerne Boss, ich trage super gerne Under Armour als Marken, ja, aber als Aktie, boah, ne, schwierig, ja, das Umfeld insgesamt, ne, auch die Kampagnen bei Under Armour mit The Rock, das ging ja auch alles nicht auf, das war ja auch ein riesen Marketing Grab, ne, wo sie da Multimillionen verballert haben, ja, davon müssen sie sich jetzt auch erstmal holen, aber hey, die Produkte sind geil, ja, so. Ja, ja, du, es gibt halt manche Sachen, wo man sagt, da bin ich lieber Aktionär als Kunde und bei anderen Seite, ich bin lieber Kunde als Aktionär, ja, also gibt es halt die besten Beispiele, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite, man sagt ja auch immer Allianz, lieber Aktionär als Kunde, bei Netflix ist es bei mir zum Beispiel andersrum dann, ja, also gibt, da muss man halt das für sich selber auch immer so ein bisschen abwägen. Aber jetzt sag mal, welche Strategie verfolgst jetzt so genau an der Börse, wie würdest du die einordnen? Also natürlich sehr fokussiert, weil du hast auch nur sehr wenige Werte, aber ist das wirklich eine reine Wachstumsstrategie oder Kapitalallokation trotzdem wichtig? Erzähl mal so ein bisschen, ja. Also meine Strategie, das ist ja, die Depots sind ja mittlerweile von meiner gesamten Strategie nur ein Baustein, ja, das ist so, also ich diversifiziere sozusagen über die Asset-Klassen dann wiederum, ne, und Aktien sind sozusagen eins davon und klar, in der Asset-Klasse diversifiziere ich dann halt auch. Mein Privatdepot ist eher wirklich so, mit diesem ganzen Fokus auf Wachstum hat man ja sozusagen primär rausgesehen, ja. Klar, wenn da jetzt eine Nintendo dabei ist, die da drei, vier Prozent Dividende zahlt, ne, oder noch so von früher solche Altlasten wie eine Lenovo, die auch fünf Prozent Dividende bezahlen, dann war das gar nicht so beabsichtigt. Also in meinem, ähm, in meinem privaten Depot, was ich dir geschickt habe, worüber, was wir jetzt uns gleich wahrscheinlich nochmal im Detail ansehen, da ist es dann halt primär der Fokus auf Wachstum und da dann vor allem dann auch eher immer mal eine gute oder zwei gute qualitative Aktien im Jahr zu kaufen, ja, so sind so meistens immer so meine Abstände, ich mache dann wirklich, ich schaue dann immer wirklich ganz lange und dann butter ich aber auch immer gleich eine große Summe, meistens 10.000, 20.000 Euro in so einer Aktienposition mittlerweile. Und wiederum mein zweites, ich habe ja noch ein zweites Depot, das hatte ich dir jetzt auch schon mal spaßeshalber geschickt, dieses Community-Depot, was ich auf Instagram pflege, da wiederum liegt der Fokus ein bisschen mehr auf Dividenden, einfach so zum Cashback und weil sich das über auch Aktien, Sparpläne und so insgesamt besser regeln kann. Aus würde ich sagen, weil gut, klar, wie gesagt, jetzt die AMD-Position, wo wir uns jetzt dann angucken, das ist jetzt natürlich nochmal ein bisschen ein anderes Thema, das ist auch die Aktie, über die du vorher wahrscheinlich gesprochen hast, wo du so blind links mal rein bist, aber so die anderen Werte, genau. Also ich hoffe, ich schaffe es technisch, ich blende euch jetzt hier mal die aktuellen Positionen einfach ein. Oben ist dann die größte Position unten, die kleinste. Und wir wollen natürlich vor allem jetzt mal über die großen Positionen sprechen und es fällt natürlich auf, dass ganz oben AMD ist. Und zwar kann ich euch da mal sagen, das sind 69% des Depots, aber natürlich muss man dazu jetzt auch noch ein, zwei Dinge sagen, denn die Aktie hast du, wenn ich das hier richtig sehe, am 3.11.2015 gekauft und da sind dann aus 2.000 Euro 433.000 Euro geworden. Also... 3.000 Euro waren es in dem Fall sogar. Oder nee, halt, 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 sorry. 6.000 Euro, a 2 Euro die Aktie. So, jetzt haben wir es richtig damit. Nicht, dass wir falsche Werte sagen. Okay, okay, dann passt. Ja, okay. Also ich habe hier auf jeden Fall eine Performance seit Kauf von 7.117% stehen. Das ist natürlich beeindruckend. Ja, also jetzt genau erzähl nochmal, wie ist es dazu gekommen? Und vor allem, wie hast du es geschafft, die Aktie niemals zu verkaufen dann? Weil AMD hat ja auch so seine Höhen und Tiefen dann immer mal gehabt. Also wie schafft man es, so lange an der Position festzuhalten? Euch gefällt dieses Video? Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben dafür da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, heiße ich euch herzlich willkommen. Wenn ihr in Zukunft keine neuen Aktienvideos, News oder Interviews mehr verpassen möchtet, lasst unbedingt ein Kanal-Abo da. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr immer sofort benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video hier online kommt. Ich hatte damals mich ja viel belesen zu dem Zeitpunkt, wie, ich sage mal, andere Börsengrößen ihren Research machen, wie die gute Aktien finden. Da waren dann halt Bücher von natürlich Warren Buffett oder auch Peter Lynch denn sozusagen, die ich mir dann belesen hatte. Und eine Sache, die mir halt vor allem ins Auge gestochen ist, ist immer so ein paar auch philosophische Fragen, die sich die dann immer vor dem Investieren gestellt haben. Und zwar, wo werden wir die nächsten Jahrzehnte weiterhin vielleicht einen großen Bedarf haben? Da bin ich dann zu dem Zeitpunkt damals sehr, sehr schnell auf den Chip-Sektor gekommen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich dann mein zweites Smartphone schon gehabt. Ich habe es sehr spät mit Smartphones angefangen und selber war ich auch im Gaming-Bereich und so tätig und habe mich sehr auch so in meiner Freizeit für Hardware interessiert. Und dann bin ich halt auf den Schluss gekommen, okay, Halbleiter-Sektor. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt die Player, wie sie heute auch schon sind, Nvidia, Intel und AMD. Ich hatte übrigens auch dann noch mal ein halbes Jahr später Nvidia-Aktien verkauft, die habe ich dann aber zwischendurch auch schon mal wieder verkauft. Also für euch, es gab mal Nvidia-Aktien für 20 Euro und die hatte ich im Depot. Ja, also wenn sich jetzt einer denkt, er macht heute einen guten Clou mit Nvidia, nee, ich hatte sie schon mal schöner gekauft, aber halt auch mal wieder aus privaten Gründen damals verkauft. Und dann war sozusagen halt auch der Vergleich zwischen diesen drei Aktien damals gewesen. Und ich hatte dann sozusagen immer so ein bisschen mit dem Ausschlusskriterium gearbeitet. Also Intel hatte zu dem Zeitpunkt zwar führend Produkte, aber sie waren zum Beispiel so gar nicht im GPU-Bereich zu dem Zeitpunkt tätig. Nvidia hatte natürlich marktführend die super GPUs, aber war jetzt wieder nicht im CPU-Bereich. Und dann war da AMD genau als Hybride, der genau beides bediente. Und zu dem Zeitpunkt war das so, die hatten gerade den Managementwechsel. Das war kurz bevor Lisa Su angetreten ist im Management als Geschäftsführung. Und ich wusste, die waren eigentlich kurz vor Bankrott. Aber dann kam diese Präsentation von Lisa Su, die hatte ich mir noch vorher angeschaut. Quasi, die hatten dann sozusagen wie eine Art Fünf-Jahres-Plan vorgestellt. So eine schöne Timeline, was wird jetzt die nächsten Jahre unter ihrer Führung passieren. Und da waren ziemlich krasse Sprünge, was dann auch diese Nanometer-Technologie angeht, immer angekündigt, wo ich dann mir dachte so, wow, das ist ja wirklich eine Kampfansage an damals Intel und Nvidia. Okay, die Aktie steht hundsmiserabel, keiner glaubt dran. Keiner hat auch gerade Bock, die Aktie zu kaufen. Die haben ein Management, wo natürlich noch offen steht, ist. Aber insgesamt gefällt mir sozusagen eher so als Hardware-Enthusiast diese Idee, dahinter. Und dann habe ich gesagt, komm, alles rein, jetzt 6.000 Euro, die ich mir damals mühsam zusammengespart hatte. Ja, und dann ging es los sozusagen, diese Tour erstmal. Und um deine zweite Frage gleich aufzugreifen, da habe ich auch in meinem Vortrag an Invest darüber berichtet, wie man es schafft, so lange eine Aktie zu halten. Bevor ich diese AMD-Aktie gekauft habe und auch bevor ich mittlerweile jede Aktie kaufe in meinem Privatdepot, ist immer für mich eine einzelne Regel, ich kaufe die Aktie nur, wenn ich sie mindestens 10 Jahre halten werde. Das ist so. Also das heißt, der Fokus bei einem Research auch für mich, für eine Aktie ist, dass es ein Unternehmen sein wird, was ich sage mal wirklich die nächsten 10 Jahre, vielleicht nicht überragende, aber ich sage mal moderat gute Wachstumsaussichten hat und sich da weiter auch am Markt gut rein etablieren könnte, damit ich sie frühestens nach 10 Jahren verkaufe. Und du hast ja das Datum vorhin schön groß gesagt, 3.11.2015, also frühestens wird diese Aktie auch am 3.11.2025 verkauft. Und ich hätte es mir einfach nur so moralisch nie verziehen, wenn ich mich an meine eigene gesetzte Regel nie gehalten hätte. Und darum kam eigentlich dieses so, ich halte nicht nur anderen Menschen gegenüber die Versprechen, die ich gebe, sondern auch mir gegenüber selbst, so halte ich meine Versprechen. Und deshalb ist dieses Versprechen an mich, ich halte diese Aktie konsequent. Und ja, es ist schwierig, es war bei 30 Euro AMD, wo die bei 30 Euro standen, schon schwierig. Es war bei 80 Euro schon schwierig, dann bei 140 Euro und dann hatten die ja jetzt das letzte All-Time-High, wo war das? Ich weiß es gar nicht mehr, das war ja hier bei, ich habe es im Hintergrund aufgerufen, weil 193 Euro am 4. März 2024, ja, das ist natürlich, da stand die Position ja jetzt noch höher, als du sie gerade auf dem Bildschirm hast. Ja, natürlich ist das schwierig, definitiv. Aber ich habe so, das Gute ist, ich habe auf meinem Smartphone zum Beispiel nur das Community-Depot und das Privat-Depot habe ich zu Hause aufwendig noch mit so hier so manuell eingeben über so einen Zettel Tarn-Log-Ins. Dass ich es mir wirklich super schwer mache, in dieses Depot reinzuschauen, sodass ich schon gar keine Lust habe, mich darin einzuloggen. Und deshalb schaue ich auch selber in dieses Depot auch gefühlt nur drei, vier Mal im Jahr rein. Ja, so, das ist so. Darum habe ich das auch separat gemonitort über ein Programm, weil mir das zu aufwendig ist, mich da immer einzuloggen. Das ist so der Trick dahinter eigentlich. Ich habe es mir möglichst schwer gemacht, auch auf dieses Depot zuzugreifen. Das würde bei mir auch funktionieren, ja, weil ich auch so selbst wahrscheinlich so eine der faulsten Säue bin, die es gibt. Ja, also da würde ich sagen, ey, da hätte ich schon gar keinen Bock, den Zettel rauszuholen. Ja, aber super lustig, wie man mit so kleinen Tricks sich dann da so ein bisschen bei der Laune hält. Aber jetzt bei AMD nochmal, die hatten ja jetzt zum Beispiel auch 2021 gegen Ende hin, wo ja so der Bärenmarkt gestartet ist. War das jetzt für dich noch, wo du sagst, ja, okay, ich bin jetzt schon so abgestumpft, das macht mir nichts mehr aus, weil man kann mal so sagen, sie waren so bei ungefähr 135 Euro und dann ging es ja aber mal, also nahe der 50 auf jeden Fall. Also wenn man dann sieht, dass so eine große Position sich so nach unten bewegt, macht das noch was mit dir? Ja, bei 50 habe ich im Community Depot einen Sparplan gestartet. Also das war halt so, okay, ich gehe weiter rein, weil ich schon so lange Aktionär bin. Da bin ich ja auf Sparplan, kaufe ich die Aktie dann im Community Depot noch weiter. Mein großer Vorteil war aber, dass ich zu dem Zeitpunkt über Social Media und auch über meine Firma einen ziemlich großen Erfolg hatte, wo ich beruflich so extrem eingespannt war, dass mir einfach die Zeit fehlte, mich gerade mit meinem privaten Investments. Also es war wirklich super Glück, ja, so, dass ich einfach wirklich keine Zeit hatte, mir Gedanken über Kauf und Verkauf im großartigen Stil zu machen, ja, was diese Aktie betrifft. Das heißt, ich war glücklicherweise genug abgelenkt. Und ja, das war eine mega wilde Zeit. Ich habe auch in dem Zeitraum natürlich weiter Aktien gekauft, wo das dann auch wieder nach unten geschossen ist. Das hast du ja hier auch auf dem Bildschirm, ne, mit zum Beispiel Dominos. Das habe ich ja noch Ende 2020 gekauft und so was, ja. Aber nee, es war eigentlich nur pure Ablenkung, pures Glück, dass ich einfach so viel zu tun hatte zu dem Zeitraum, dass ich nicht hingucken konnte so weiter im Detail. Ja, aber da sieht man halt mal, wie sich dann sowas dann halt auch echt entwickeln kann, ja, weil es gibt dieses eine Investment, wo halt über 20 Jahre nur jeden Tag nach oben geht. Da muss man lange suchen, gerade auch wenn man so überlegt, der Bitcoin war ja wahrscheinlich so das erfolgreichste Asset in den letzten 12, 13 Jahren. Aber auch der hat natürlich wirklich harte Rückschläge einstecken müssen, ja. Aber jetzt habe ich mal eine andere Frage an dich als Großaktionär bei AMD. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, die aktuelle Story oder Position AMD oder aber du dürftest genau die gleiche Summe jetzt mit der Performance in Nvidia haben, wie würdest du dich entscheiden? Ich glaube trotzdem AMD wieder auch so wie vorher, weil ich finde, die sind vielleicht jetzt nicht, was jetzt auch gerade so im Thema AI und KI jetzt gerade immer an den Börsen und jetzt hier auch auf der OMR-Messe, wo ich war, publiziert wird vielleicht die Vorreiter. Aber AMD hat für mich einen entscheidenden Vorteil. Sie schaffen es bei gleicher Leistung weniger Stromverbrauch momentan zu erzeugen. Also sprich, sie sind effizienter. Und dann mal so mit so einem Blick in die Zukunft. Jetzt wird ja gerade wieder, du kennst ja die Nachrichten selbst, wieder ganz viel gehypt auf Rechenzentren, ja. Und mal Anbetracht für die Zukunft Rechenzentren, Energieverbrauch. Es wird wahrscheinlich in Zukunft mal der Chip gewinnen, der die gleiche Leistung bei weniger Energieverbrauch in Zukunft erzeugen wird, ja. Und das ist was, da hat jetzt momentan AMD noch. Das kann sich aber in Zukunft auch ändern, das ist klar. Die Vorreiterposition, was die Effizienz betrifft, ja. Weil Nvidia kriegt super Leistung aus den Chips raus. Aber sie haben auch teilweise echt einen krassen Stromverbrauch, ne. Wenn man nur mal so einen Blick auf die Grafikkarten wirft, das ist sozusagen dann doch schon ein bedeutender Unterschied zu den AMD-Grafikkarten, was den Stromverbrauch betrifft, ja. Und darum schaue ich dann immer so ein bisschen so auch mal zwischen den Zeiten. Nur weil, ja, der First Player, ja, die beste Leistung hast, muss man auch mal so andere Leistungskategorien anschauen, ne. So, ich fahre auch ein Auto, was wirklich auf einer Langstrecke schnell fahren kann bei einem geringen Verbrauch, weil mir das besonders wichtig ist und nicht besonders schnell fahren kann, ja. So. Und deshalb, also ich würde sagen, ich würde bei AMD definitiv bleiben. Ja, super spannender Ansatz. Habe ich jetzt so auch tatsächlich selten gehört, weil die meisten halt immer nur sagen, ja, aktuell Power, 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 Leistung. Aber Effizienzthema fällt tatsächlich oft so ein bisschen hinten ab dann, ja. Genau. Ne, aber dann würde ich jetzt sagen, dann, wir wollen natürlich auch nicht nur über AMD sprechen. Ich finde auch deine zweitgrößte Position sehr interessant. Ist ja auch ein Ten-Bagger, wie man ja so schön sagt, also LAM Research mit über 1000% Performance. Jetzt erzähl mal, wieso hast du LAM im Depot und nicht ASML? Das kann ich dir ganz einfach sagen, weil ich habe damals einem YouTuber gefolgt, der macht heute, ich sage mal, ein bisschen anderen Content. Der macht keinen Aktien-Content mehr im eigentlichen Sinne. Der heißt Jens Rabe. Der hat früher, wie gesagt, viele Aktien-Content gemacht. Jetzt macht er irgendwas hier mit Optionsstrategien und sowas. Kommt hier aber, ich sage immer nur 50 Kilometer entfernt aus einer Nachbarstadt, hat immer so niedlich gesächselt. Und da habe ich mir immer seine Aktien-Vorstellungen angeschaut. Er hat dann immer so einmal die Woche drei Aktien vorgestellt. Und da war dann LAM Research. Und er hat das super wunderbar mir sozusagen verkauft, erklärt in dem YouTube-Video, dass er gesagt hat, okay, LAM Research produziert die Maschinen, mit denen sozusagen Chip-Hersteller überhaupt erst Chips produzieren können. Ja, also sprich, dieses Schaufelverkäufer-Prinzip. Du gehst halt nicht zu den Goldgräbern, du bist derjenige, der die Schaufel zum Goldgraben verkauft. Ja, und da habe ich LAM Research kennengelernt und dann sozusagen, und das sollte man ja eigentlich auch nicht machen, also nächster Anlegerfehler damals, ja, einfach nachkaufen, was der Lieblings-Influencer sozusagen damals gesagt hat. Ich habe sie dann aber gekauft, weil sie auch so zu dem, was ich mit AMD und wie ich auch sowieso schon mich immer informiert habe in dem Halbleiter-Sektor, das mit übereingestimmt hatte. Ja, und dann hatte ich damals die, ja, größere Position dann ganz einfach gekauft von dem nächsten Geld, was ich damals verdient hatte. Ich war sozusagen immer blank, weil ich alles dann in Aktien investiert habe. Genau, aber dadurch ist gekommen, weil ich diesen Ansatz interessant fand, zu sagen, okay, ja klar, solche Entwickler wie AMD, aber dann auch, ne, TSMC, Taiwan Semiconductor, die werden natürlich auch ihre Chips irgendwie weiterhin nachhaltig und gut produzieren können. Und dann kam LAM Research und die andere Aktie, ASML, ne, hast du gesagt? Ja, habe ich nicht gekauft, weil ich damals nichts von wusste. So, ich habe, ich habe, bin damals nicht über die gestolpert. Das war so der ganz einfache Grund. Und was ich nicht gesehen habe, ne, das konnte ich nicht vergleichen und dann. Ja, das ist ganz klar, ja. Also ich habe damals, als ich ASML gekauft, ich habe die wenige Wochen vorher, habe ich die auch noch nicht gekannt, aber es war dann so ähnlich, wie du es erzählt hast. Also ich habe mir dann einige Videos drüber, aber eher technische Videos, dann auch gesehen, hey, so im ein oder anderen Hedgefonds ist sie drin und habe gedacht, hey, da beschäftige ich mich mal ein bisschen damit. Und ja, war wie so Rabbitohle, wie man so schön sagt. Also ich habe halt auch gedacht, ja, ich kann die Chips, ich kann es nicht einordnen, ob jetzt Intel den nächsten besseren Chip macht oder AMD oder Nvidia, aber ich habe halt verstanden, dass es ohne ASML-Technologie halt nicht geht. Und wie gesagt, es gibt ja mehrere Maschinenbauer, die so stark sind, eben wie so LEM, dann KLA beispielsweise. Die wollten ja sogar, also LEM wollte ja KLA sogar mal übernehmen vor einiger Zeit, aber das wurde dann tatsächlich aus Monopolgründen abgesagt, weil KLA ist quasi auch ohne Konkurrenz. Also die sind viermal mehr Marktanteile als Platz Nummer zwei in ihrem Sektor. Also wahnsinnig spannend auf jeden Fall, ja. Ja, mega. Ich liebe diese Branche einfach, weil halt auch immer noch so viel Entwicklungspotenzial ist, ne. Und es war ja eigentlich auch mal gesagt, so dass so ab so drei Nanometer oder fünf Nanometer, ne, das alles so physikalisch eigentlich gar nicht mehr möglich ist, ja, so. Und trotzdem sind sie jetzt gerade, entwickeln sie die zwei Nanometer-Technologie sind sie jetzt gerade dran, weil es anscheinend doch physikalisch möglich ist, ne. Also das ist so dieser, das ist so dieser Wow-Effekt, wo man sich dann auch wieder freut. Hey, cool, dass ich Aktionär bin und bei so einer Entwicklung nicht nur finanziell partizipieren kann, sondern wie, so, das ist meine eigene Firma und ich sehe, wie meine Firma sich entwickelt. Also so kaufe ich auch eine Aktie, immer so ein bisschen mit dem Gedanken, ich würde auch gerne in der Firma arbeiten wollen, ne. So, so, das, das gebe ich immer Leuten gerne nochmal mit, wenn sie sich selber eine Aktie zulegen. Ja, 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 super spannender Ansatz, ja. Aber jetzt mal so, also du hast ja eben schon erzählt, du kaufst eine Aktie und eigentlich zehn Jahre halten dann, ja. Und wir haben jetzt auch gesehen, du hast ja auch einige, ja, so ein bisschen kleinere, auch würde man sagen, so High-Grow-Spekulative-Werte. Wenn du jetzt einen davon wählen müsstest, also du hast ja sowas wie eine Cloudflame-Depot, auch Domino's Pizza ist ja immer noch wirklich stark am Wachsen, eine SEA Limited zum Beispiel. Wenn du dich jetzt für einen in deinem Depot entscheiden musst und sagst, also da glaubst du am ehesten dran, dass es dein nächster Ten-Bagger wird, welche Aktie, auf welche würdest du jetzt da gehen? Ist natürlich alles keine Anlageberatung, die Leute wissen, das sind ja alles Aktien, die du hast, also du bist da sowieso super befangen, aber welche traust du in deinem Depot als nächstes den Ten-Bagger zu? Machen wir mal so ein kleines Ausschlusskriterium. Ich glaube, bei Domino's Pizza sehe ich erstmal nicht den Ten-Bagger, weil es natürlich immer noch ein stationäres Geschäft im eigentlichen Sinne ist, was immer von den Standorten und ähnliches oder auch den Ländern abhängt. Und Domino's hatte ja das Problem gehabt, dann mit Auflachen der Ukraine-Krise ist die Ukraine flöten gegangen als Markt, dann natürlich Russland wurde dann auch als Markt verloren gegangen, dann sind Domino's Pizza auf die supertolle Schnapsidee gekommen, amerikanische Pizza in Italien vertreiben zu wollen und haben sich dann nach zwei oder drei Jahren auch komplett jetzt aus dem Markt zurückgezogen, weil es total hirnrissig war. Also die nicht, aber ich sag mal, langfristig sind die trotzdem gut. Cloudflare selber, man muss sagen, das Cloud-Geschäft momentan wächst ja trotzdem immer noch weiter mit hier auch Amazon und Alphabet und Alphabet hat ja da auch mittlerweile richtig gute Zahlen vorgelegt, was dieses Cloud-Geschäft betrifft, was früher erstmal so ein bisschen belächelt worden ist, ist jetzt natürlich auch groß. Ich selber nutze das ja auch in meiner Firmeninfrastruktur, das läuft ja alles über Alphabet bei mir, womit ich mega happy und zufrieden bin. Das heißt, der Cloud-Sektor hätte natürlich Chance, aber da ist natürlich eigentlich schon fast wieder Cloudflare der kleinere Fisch. Ja, und jetzt kommen wir zu Infosys und auch mal zu einem ganz schwierigen Markt in die Merger-Market. Infosys ist ja sozusagen eigentlich mehr oder weniger nur eine Programmierbude, aber eine, die ziemlich erfolgreich ist, die ja auch mit Apple, Microsoft und Alphabet zusammenarbeitet. Also sprich, wenn die jetzt gerade mit ihrem Programmieren nicht mehr so weit vorankommen, wie sie sich das wünschen, dann rufen die ja immer zuerst bei Infosys an und sagen, okay, wir brauchen jetzt mal eure Hilfe, unser Code stimmt nicht. Und dann kommen da die Leute aus Indien angeflogen, setzen sich da kurz hin, tippen alles ein und dann klappen sie ein Laptop wieder zu und sagen, das war's. Ja, und das kann Infosys ziemlich gut. Die haben auch ein extrem gutes Wachstum. Ich glaube, die sind einfach momentan, was das Wachstum betrifft, an der Börse einfach nur für viele uninteressant in dem Sinne, weil dieses Thema Indien bei vielen immer noch so negativ mitschwingt. So ist es ein Emerger-Market, ist natürlich nicht so in vielen Bereichen so weit entwickelt, aber Infosys hat ja mittlerweile weltweit jede Menge Standort und ich glaube 230.000 Mitarbeiter. Also das ist jetzt auch kein, nicht mehr wenig. Deshalb würde ich sagen, vielleicht nicht in den nächsten fünf, aber vielleicht doch mal so in dann wirklich diesen zehn Jahren könnte das der nächste Ten-Bagger wahrscheinlich am wahrscheinlichsten sein. Okay, interessant, ja. Weil eben natürlich Infosys wird auch immer mit dem Indien-Thema, also das ist die Aktie, wo man immer zuerst hört. Man muss aber auch so fairerweise sagen, ich habe jetzt gerade mal schnell nebenher, wo du erzählt hast, nachgeschaut, die machen nur zwei Prozent Umsatz in Indien. Ja, also es ist ein Unternehmen, das ist natürlich schon, also deswegen sage ich auch immer, der Standort ist zwar immer das eine, ja, aber das ist jetzt kein Unternehmen, wo jetzt von einem riesigen Wirtschaftswachstum in Indien beispielsweise abhängig ist. Bei 60 Prozent kommt aus Nordamerika, der Umsätze 27 Prozent aus Europa. Aber trotzdem, ja, in Indien natürlich, also wirklich, ich sage auch immer, das ist für mich so der Pick aus Indien halt schlechthin, ja, weil Indien ansonsten nicht so viele interessante Länder und Sektoren, sage ich mal, hat das viel auch so im Rohstoffbereich oder so Beton und Chemie und so, wo ich sage, ja, irgendwie nicht so ganz spannend, so wie es halt damals bei China dann war, wo es viele Unternehmen gegeben hat, die dann sehr stark gewachsen sind, so mit dem Wachstumseffekt. Aber es ist auf dem Papier ein Vorzeigeunternehmen, also wenn man mal überlegt, dass wir sind ja wirklich in einem reinen Dienstleistungsbereich, die haben ja an sich kein reines Produkt, ja, sondern nur ihre Dienstleistung des Programmierens und da kommen sie quasi auf diese auch globale Größe, auf eine Nettogewinnmarge von 16 Prozent, das ist einfach Wahnsinn und gleichzeitig schaffen sie es trotzdem gut zu handeln mit ihrer Finanzkasse, ne, also die Eigenkapitalquote liegt mit den 10,5 Milliarden US-Dollar jetzt bei 63 Prozent, ja, also das ist einfach solide, ne, und das sind so diese soliden Zahlen, die ich gerne beim Unternehmen sehe und jetzt, ja, die habe ich seit jetzt knapp drei Jahren im Depot, die sind jetzt gerade mal 8 Prozent im Plus auf diesem Zeitraum. Ja, genau, das ist ja das Tolle, das sind so diese, ich nenne es immer gerne diese Sleeper, ja, diese wunderbare Fundamentalzahlen haben, die aber keine Sau auf dem Schirm hat, weil, ne, die irgendwas, ne, denen jetzt halt an dem Standort oder ähnlichen halt einfach nicht passt, ne, und dadurch kommen die dann zu ungerechtfertigt oft unter die Räder. Ja, das stimmt, ja. Gut, und ich meine, du hast sie auch zeitpunkttechnisch nicht so zum allerbesten Zeitpunkt gekauft, weil 2021 wissen wir ja, was da Ende des Jahres dann passiert ist, also gerade auch eben im Technologiebereich, ja, und dafür muss man ja sagen, also manche wären froh, sie hätten da eine Performance von 8 Prozent, also da gibt es ja Unternehmen, die ganz anders abgeschifft sind, aber ich habe auch oft gesagt, also das ist wahrscheinlich so mit eines der qualitativ hochwertigsten Unternehmen, die Indien so zu bieten hat, ja, und für mich auch tatsächlich das Interessanteste aus Indien, ja, aber ist halt für mich kein Invest in Indien sozusagen, ja, ist halt eine, viele Mitarbeiter kommen halt wahrscheinlich dorthin, ja. Aber jetzt mal an sich genau, du hast ja jetzt nicht so viele Positionen im Depot, da interessieren sich jetzt natürlich dann aber auch viele, welche beobachtest du denn gerade aktuell? Man hat ja meistens immer so ein, zwei, wo man sagt, das ist so gerade so die Aktie, wo ich eigentlich so gewillt bin, als nächstes zu kaufen. Welche hast du gerade so auf dem Schirm und warum? Oh, da muss ich mal kurz meine Watchlist im Hintergrund aufmachen, weil auf die Frage war ich jetzt so, noch nicht so direkt vorbereitet, aber die ist zum Glück schnell aufgerufen, so da ist sie. Also ich habe so einige Aktien jetzt gerade noch mal wieder im speziellen Blick, vor allem auch mal wieder in den Gaming Bereich, Take-Two Interactive ist für mich momentan im Blick wert, weil, ne, GTA 6, ja, ich kenne niemanden, der nicht einmal in seinem Leben GTA gespielt hat, ja, so gefühlt, so außer meine Oma vielleicht, ja, weil, aber die hat dann zugesehen bei mir damals als kleiner Bub, ja, und die ist sehr interessant momentan für mich, wo ich sage, wäre wahrscheinlich ein Investment wert, weil, aber eigentlich eher so eine Richtung mal so ein Trade, ja, nicht für wieder dieses langfristige Haltenprinzip. Ja, darf ich dich mal zu Take-Two jetzt fragen, weil ich meine, alle Welt weiß ja eigentlich, dass GTA kommt, also man weiß, glaube ich, immer noch nicht genau wann, also glaubst du dann trotzdem, dass die Aktie da sich so stark entwickeln wird oder was wäre dann so dein Case jetzt, weil es ist ja eigentlich trotzdem ein sicheres Ereignis, sag ich mal, in der Regel ist es ja eher so, wenn dieses sichere Ereignis dann kommt, ja, dann geht es ja eigentlich eher nach unten so erfahrungsgemäß, wie würdest du das einordnen bei Take-Two? Dazu hatte ich bei Take-Two mir selber mal die letzten Jahre, also quasi um die Release-Jahre von den letzten GTA oder dann sowas wie Red Dead Redemption angeschaut und das Interessante ist, die richtigen Bewegungen kamen meistens immer erst ein, also so ein halbes bis ein Jahr nach dem Release, weil dann die Verkaufszahlen der Titel dann richtig feststanden, so und darauf entsprechend natürlich mit den Quartalszahlen und sich den daraus ergebenden Margen erst richtig was passiert ist, weil und darauf muss ich fairerweise sagen, spekuliere ich so ein bisschen, dass genau das wieder eintreten wird, wie die letzten 10, 15 Jahre bei Take-Two und vielleicht mir dann einen guten Gewinn bringt. Aber es ist eine reine Spekulation, das was ich da antrete, also es ist jetzt nichts mit einem größeren Wissen so, aber ich sage mal so, man darf auch mal ab einer gewissen Depotgröße und so spekulieren, ja, das ist so, das ist ganz klar. Eine der nächsten Aktien, die ich halt besonders interessant finde und mir gerade jetzt nochmal näher anschaue, ist einmal Booking Holdings, also sprich hier jeder, der sich in Urlaub gebucht hat, wird zwangsläufig ja sowieso mal bei Bookings angekommen sein und aus dem einfachen Grund, dass die halt einfach nicht den Vorteil haben, dass sie nun mal nur die Software mehr oder weniger für Hotels und Plattformen bereitstellen und dass dann entsprechend natürlich auch die Margen und so weiter gut sind. Und gehen wir mal von aus, dass sich jetzt auch nach den US-Wahlen, ich sage mal, die geopolitische Lage, ich sage mal und so weiter, erstmal wieder stabilisieren sollte, weil momentan ist es ja noch sehr, sehr offen, ob ein Trump oder vielleicht doch ein Biden an die Macht kommen wird. Und da sehe ich das persönlich so, dass zumindest auch nach den aktuellen Zahlen diese weltweite Reiselust wieder steigen wird und entsprechend natürlich Buchungen und daraus die Provisionen, die sich für ein Booking ergeben, entsprechend natürlich auch wieder mitwachsen werden. Also das ist eine Position, wo ich sage, das ist ein großes Machtinstrument im Rahmen der Freizeit und im Rahmen vor allem, was man ja auch nicht unterschätzen darf, zumindest meine These ist, Booking ist nur so erfolgreich, weil es Instagram, YouTube und Co. gibt mit ihren ganzen Reisebloggern und weil die eigentlich sozusagen mittlerweile diese treibenden Kräfte der Reisebranche sind durch ihre quasi Berichterstattung. Und so bin ich ja auch selber nach Japan gekommen, ja, so halt durch solche Berichterstattungen und genau das, ne, über Booking habe ich dann auch wieder die Hotels dort gebucht in Japan und ich würde sagen, das wird sich sozusagen noch viel, viel krasser etablieren und das wird wahrscheinlich mal auch so, also Booking wird in ein paar Jahren auch so eine Marktstellung haben wie, wie ein YouTube oder ein Instagram, ne, halt aber nur für halt Reisen buchen, ja, aber es lässt sich halt nicht mehr wegdenken, sozusagen. Ja, die, und ist halt ein wahnsinnig spannendes Geschäftsmodell, Plattformanbieter, bin ich sowieso ein Riesenfan davon, das ist oft sehr margenstark und ich kenne auch jemanden, der in der Hotellerie arbeitet, sagt er laut, die Preise, die die halt nehmen, die sind unverschämt und dann müssen die jede Menge Kapazitäten für Booking zurückhalten, aber es ist halt einfach, weil die jetzt so diese monopolartige Stellung halt haben, die haben halt nicht viel Konkurrenz in ihrem Bereich und würde ich auch sagen, also im Touristik gibt es für mich zwei spannende Aktien, das ist eben Booking, das ist für die etwas konservativeren und für die etwas risikoorientierte und sage ich mal, ist eine Airbnb dann halt noch interessant, ja, die hat natürlich auch gewisse politische Risiken, die also deutlich höher sind wie jetzt eine Booking, aber im Tourismussektor sind das für mich so die zwei Player, die halt einfach wirklich Gelddrucker sind, also auch bei Airbnb kann man schon so ein bisschen erahnen, wo das hingehen wird, die verdienen jetzt schon unfassbar viel Geld, ja, aber natürlich nichts im Vergleich zu einer Booking dann jetzt, die jetzt ja auch eine Dividende angekündigt haben, also werden wieder für eine neue Anlegergruppe sehr viel spannender werden und finde ich ein Top-Unternehmen, also kann ich definitiv nachvollziehen, ja, das gefällt mir sehr gut. Eine dritte hätte ich noch für deine Zuschauer, die ich jetzt auch gerade, und das ist dann auch erstmal so die letzte, es dürfte auch reichen, mal wieder was aus den Emerging Markets, zwar, da schaue ich dann auch gerne mal was, Macandro Libre, quasi unser Amazon aus Südamerika und warum finde ich das so interessant, weil Amazon hat ja viele, viele Jahre, ich glaube sogar bis vor zwei Jahren mit der E-Commerce-Sparte, da, also sprich da, wo die Leute die meisten Sachen bestellen, ja, eigentlich gar kein Profit eingefahren, das kam ja über Amazon Web Services und Macandro Libre hat das in diesem Stil ja gar nicht, die sind ja eigentlich wirklich nur in den E-Commerce-Bereich, aber sie waren schon viel, viel schneller und vorher profitabel und sie erobern jetzt gerade mit ihrer Strategie Märkte, die quasi mehr oder weniger nach Amazon verschlossen blieben, also sprich, sie gehen jetzt gerade in den afrikanischen Markt rein, sowieso Südamerika sind sie da, haben sie sogar vor Amazon jetzt mittlerweile schon die Stellung, also Amazon hat sich eigentlich mittlerweile schon wieder auf eigentlich nur, was den E-Commerce-Bereich betrifft, auf quasi Europa und Nordamerika eingeschränkt, auch der Versuch in Asien sich breit zu machen floppt, aber da kommt Macandro Libre jetzt auch schon mit den ersten Versuchen, sich in Asien breit zu machen, auch sehr erfolgreich voran und das finde ich sozusagen so, das wird wahrscheinlich so dieser, ja, so hier neben Alibaba quasi im asiatischen Bereich, dann Amazon im europäischen oder sagen wir mal im westlichen Bereich wird das sozusagen für vielleicht Afrika, Südamerika wird, Macandro Libre dann die große Plattform sein, ist zumindest meine Vermutung, weil die einiges richtig machen in ihren Umsetzungen und deshalb finde ich die super interessant, habt ihr jetzt auch schon im Community-Depot und wird die mir wahrscheinlich jetzt auch nochmal als größere Position jetzt mit reinbuchen, wenn dann sozusagen die Halbjahreszahlen gekommen sind. Ja, die sind auch irgendwie so langweilig, weil die Zahlen jedes Mal spektakulär gut sind, also es gibt kein Unternehmen, glaube ich, wo es so beständig die letzten zwei, drei, vier Jahre so gute Zahlen immer geliefert hat und wie du sagst, sie machen halt vieles richtig, weil sie von Anfang an auch sehr breit in dem Markt sind, ja, sie sind E-Commerce, aber sie haben auch ihre eigene Shopify-Lösung, sie haben ihren eigenen Fintech-Bereich, sie haben wie bei Amazon den Third-Party-Bereich und das haben sie direkt von Anfang an halt alles gemacht und das hat dann auch so mit dafür gesorgt, dass die sehr schnell halt auch wirklich profitabel dann geworden sind und jetzt halt auch immer weiter profitabel wachsen. Ich meine sogar, dass ich die Tage erst gelesen habe, dass sie jetzt auch in Amerika probieren, Fuß zu fassen, also in Nordamerika, dass sie Wohnzentrum geöffnet haben, da müsste ich jetzt aber auch nochmal nachlesen, also ich habe irgendwo am Rande mal was mitbekommen, aber ob sie sich da dann gegen Amazon durchsetzen, ja, da gibt es ja diesen tollen Spruch, never compete with Amazon, also würde ich auch so unterschreiben, aber sie haben jetzt ihre spannenden Märkte dann Brasilien, in Argentinien, in Mexiko und so, wo sie da wirklich so das Nonplusultra eigentlich sind, ja, also tolles Unternehmen, ja, also die ganzen Aktien gefallen mir auch wirklich gut, wie du so sagst, ja, also ein Top-Unternehmer. Und ich versuche auch immer im Depot immer nicht meinen Fokus zu sehr auf die USA zu richten, klar ist das jetzt natürlich mit dieser einen großen Position mächtig ausgewuchert, aber mehr ungewollt, wenn ich das heute sozusagen auf, ich sage mal, auch Depots unserer Kunden oder ähnliches umwälzt, also wir achten sehr, sehr spezifisch darauf, dass da auch nie ein USA-Anteil über 50% drin ist, ne, und beziehungsweise man tut halt dann alles, um dann auch die Position zu glätten und so mache ich das dann auch im Community-Depot mittlerweile und so würde ich es jetzt auch in Zukunft machen. Und die Emerging Markets, es ist halt vieles noch, ja, natürlich, es geht ein gewisses Risiko mit einher in dem Ganzen, aber es bietet halt auch extrem Chancen und es sind halt wirklich auch heute schon so Goldsternchen da, die solide Zahlen haben, ja, die quasi dieses, wie du sagst, konservative heute schon aus den Emerging Markets kann tendenziell, ich sage mal, für die Zukunft ein entscheidender Global Player sein. Ja, definitiv, ja, also da bin ich voll bei dir, ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich, dass du uns hier so alle Fragen beantwortet hast, also folgt dem Joschka auf jeden Fall Finanzrebellen, ich verlinke euch natürlich alles unten in die Videobeschreibung und weil ich weiß, dass ihr sowieso nicht in die Videobeschreibung schaut, als erster angepinnter Kommentar unten rein, dann seht ihr es direkt. Ich verlinke sowohl seinen Instagram- als auch YouTube-Kanal rein, er hat auch versprochen, es kommt mal wieder mehr Content auf YouTube demnächst dann, aber auf Instagram sehr aktiv, also ich kann es empfehlen, ich habe einige Sachen mir schon angeschaut, also ich bin auch immer wieder beeindruckt, wie viel Content man in den Instagram-Beitrag als reinpressen kann, ja, also ich kann es wirklich empfehlen, weil es auch sehr breit gestreut ist, also eben, da kommen nicht nur Sachen zum Aktienmarkt, sondern eben auch mal Versicherungen, dann hast du mal so ein bisschen die DVAG-Hops genommen, da war es sowieso direkt sympathisch bei mir dann, ja, also wirklich viele spannende Themen, deswegen, ihr wisst, ich halte mich sonst immer zurück mit solchen Aussagen, aber da kann ich euch wirklich das Ganze wärmstens empfehlen und das ist eine Anlageberatung von mir, aber ihr wisst nicht, bei Einzelaktien dann, ja, genau. Ich würde sagen, das letzte Wort ist, kommt immer mein Gast, ich verabschiede mich dann schon mal bei euch und genau, dann darfst du jetzt noch sozusagen das Wort zum, weil wir nehmen es ja am Vatertag gerade auf, das letzte Wort zum Vatertag heute sagen, genau. Ja, ja, da würde ich ganz einfach sagen, für alle, die vielleicht noch zögernden Aktien zu investieren oder sich jetzt gerade Gedanken machen, ob sie in Aktien investieren sollten, da pflege ich immer ein Sprichwort und zwar, wer Freiheit gegen Sicherheit tauscht, wird zum Schluss beides verlieren und darum wagt den Schritt, den ersten Schritt in die Freiheit. Besser könnte man es nicht sagen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!